herzlich willkommen zu diesem kurzen video ich bin wieder kräftig am königinnen nachziehen der klassische vierer boden zander alle seiten sind auf alle seiten sind mit einer edelzelle besetzt worden die bienen fliegen wunderbar bisschen holz vor der hütte und das ist das ganz neue system das ist der vierer boden klotzbeuten zander baumstamm system beuten klotz kiste genau ja also das projekt schläft noch habe ich nicht ganz aufgegeben das klotzbeuten projekt aber auch da habe ich aber genutzt die vierer böden darauf gesetzt wunderbar alle seiten sind besetzt auch hier genau mit edelzellen wunderbar gefällt mir ganz gut das war's schon